Ah und damit herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Müsste der richtige Spielstand sein. Die letzte Folge hat nicht gescheit abgespeichert, die ich aufgenommen habe. Dadurch Neustart. Gegenstände der Stufe 5. Schön, dass ihr übrigens wieder dabei seid. Das daten wir mal eben ab. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine Folge war. Die jetzt nicht in dem Sinn, ihr zu sehen bekommen habt. Aber ich habe es schon mal gesagt, das wäre noch ein Verbesserungspunkt, dass man sagen kann, alle Studios dieses Typs verbessern. So, dass man nicht hier jetzt jeden Raum einzeln anklicken muss. Und dann haben wir dann auch noch einen Sondermal für den Dach. Der wird dann heute, denke ich, meine, das ist so wichtig. Vorher für den einen Tag aus einem Ort, der sich dann auf den Bus stehen. Aber am Montag ist dann alles warm. Ich bin ja normal. Ich bin gespannt auf den Dach. Da haben wir schon mal vorhin gefragt, dass ich, nein, es gibt keine Menschen. Es gibt keine Corona-Zeit, dass wir eine der europäischen Angepartner veranstalten, die hier auch gemacht werden. Und das 2G, das wird ja nicht 2G-Klusten sogar. Also, ich weiß nicht, aber wenn ich mir und die Vorgaben da auch ein bisschen war. So. Jupp, schön. Kommt schön ins Geld rein. Habt ihr den Spielbericht erstellt? Habt ihr. Gut, dann können wir ja eigentlich. Ihr wart an der Fortsetzung dran. Gut. Einbauen. Entwickeln. Dann daten wir hier mal kurz ab. Technologiestufe 5. 6. Hier haben wir noch 5. Dann haben wir hier alles auf höchste 5-Stufe. 5. 5. Machen wir auf 10%. Und ihr könnt dann derzeit so lange unterstützen. Da haben wir eine goldene Schellplatte bekommen. Mitarbeiter. Mitarbeiter. Grafikdesigner. Einstellen. Hier unten. unsere goldene Schellplatte aufhängen. Die unterstützt auch gut. Das, das, das. Ja, super. Ja, super. Seid ihr schon fertig? Oh, noch eine goldene Schellplatte. Noch eine goldene Schellplatte. Noch eine goldene Schellplatte. Machen zu. Da sind wir dran. Bundesliga-Menschau ist gerade draußen. Jetzt, äh, erschien vor 8 Wochen. Also Ende 14. Ja, machen wir den Head-Trick. Head-Trick. Teenager ist falsch. Okay. Machen wir Erwachsene. Nein, nein, da wollte ich noch nicht hin. Ich wollte hier nochmal eben ganz kurz. Kinder war auch falsch. Okay. Falls es jetzt noch falsch ist, kann nur alle sein. So. Wirtschaft. Na, Marktanteil mal gucken. Personal. Null. Vier. Das ist okay. Schwierig. Zu schwierig oder nicht? Schwer genug. Viel zu schwierig. Das ist der Trick. 31 AA. Okay, bleibt. Moderner controller. Was seid ihr denn? Buschabekner an. so dann unterstützung abbrechen gameplay verbesserung halt unterstützung abbrechen grafiken erstellen ihr seid da ihr seid da ihr seid da alles klar ihr braucht neue seit 20 wochen auf dem markt dann können wir noch mal eine größere anzahl machen nachdem ich meine brille aufgezogen habe spiel produzieren machen wir mal siebenmal 50.000 5000 und 1000 so das gleiche professional und dann müssen wir glaube ich demnächst auch mal gucken dass wir unsere engines forschung weiter vorantreiben haben wir jetzt alles um die konsole entwickeln zu können alles auf 5 5 ok dann bringen wir die pirate 1 raus sehr einfach darauf zu programmieren das ist sehr schön wir tun einen zweiten controller dabei die ganze ist internet fähig dann hauen wir dann auch ein spiel vorgefertigt drauf oktober 2001 1 nehmen wir dich so abwärts kompliziert brauchen wir nicht ist ja unsere erste cosplay energie sperrmodus link multiplayer media player und support externe hdds haben noch gar keine leute dafür arbeitsmarkt hardware technik so knappe sieben millionen wieder 269 millionen und das schön doch 20 millionen so mag ich das ja ihr habt euch ja super reingehauen super angestrengt 210.000 noch produzieren wir noch mal nach von so drei spiele in der entwicklung in der entwicklung und dann stellen wir unsere konsole vor 57 millionen gewinnen jawohl 32 herzen schon sehr schön das müsste wieder für konsol sein ist ja fertig die forschung ja bleiben wir jetzt bei hardware oder gehen wir erstmal auf futures ich würde mal sagen machen wir die 2 6er dann können wir updaten auf 6 und dann gehen wir weiter an die nächste konsole also konsolenforschung wir können ja auch damit es was schneller geht hier gleich den sound mitmachen arbeitsmarkt technik einstellen ja rein sound artist so apokalypse rennen 3 hat noch 43.000 auflage spiel produzieren allerdings nicht mehr so viele machen wir mal 100.000 machen wir mal 100.000 ok da könnten wir auch noch ein paar für gebrauchen sehr schön rohschung rohschung 429 millionen konto sehr sehr gut so haben wir noch das rennen entwicklung fortsetzen entwicklung fortsetzen so ihr seid jetzt soweit und dann hardware und dann hardware gehen wir auf die nächste stufe 4 kerner gab es ja nicht eben 8 kerner was sagt die forschung ihr seid auch fertig da ist der 8 kerner ach das ist bei 7 ok 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 Moment nein ist nicht drin ich dachte gerade da wäre die Automatik noch drin da drinnen ist schon wieder aus 25.000 haben wir noch ein bisschen altes lagerbestände simburgen weg klonia weg ihr zwei seid im verkauf mit d 3 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 13 14 So, ich hätte hier gerne noch ein paar Techniker für. Ihr könnt da noch mit forschen, weiter vorantreiben, Apokalypse rennen vom Markt, schöne 39,3 Millionen oder 8,4 im Grunde eingebracht. Ihr seid fertig, ihr seid fertig. Moment, Aufgabe verschieben, ihr könnt hier mithelfen. Jetzt seid ihr auch fertig? Hä? Aber abbrechen. Was soll das denn jetzt hier, dass du deine Aufgabe geändert hast? Unterstützen. Dann müssen wir jetzt mal hier. Wir können aber abbrechen. Großer Messestand? Nein. Zwei Spiele in Entwicklung und in Entwicklung und unsere Konsole. So, das bleibt. So, das ist ja ganz toll. So, das war ja ganz toll. So, das ist ja ganz toll. Wie wird das denn? Hier machen wir die Automatik rein wieder. Ihr seid fertig! Ihr seid fertig! Ihr seid fertig! Wir wollten nur noch auf den Sound und dass die Bugs weg sind. Hier wird noch eine Gabe zu. Okay. Okay. Ähm, hab ich gar nicht mitgekriegt, dass sie den Bundesligament ja runtergenommen haben. Ich hab mich ein bisschen zu schnell, weil er scheinbar weggeklickt. So, nächste Hardware. Schufe 6. Und da sind wir endlich an den Bugs schonmal. Sound und Grafik ist auch gleich soweit. Wie sieht das hier aus? Fertig, 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 fertig. Habe ich es gerade doch noch richtig gesehen. Hattrick natürlich. Abschließen. Spiel vertreiben. Ich kann mal überlegen, ob wir den Preis senken, damit wir mehr verkaufen. Also eine höhere Stückzahl. Ich kann mal überlegen, dass wir vielleicht mal eine Platinplatte kriegen mit 5 Millionen. Sehr gut. 87 Prozent. Spielbericht erstellen. Spiel produzieren. Halt. 1,5 Millionen. 75.000. 15.000. So, dann geht ihr ans nächste Spiel. Ne, Moment, Moment. Grafik updaten. Rollenspiel. Das sind die 6. 6. So. 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 Ihr braucht ja nicht unter dich rumsitzen. Ihr wart fertig. Okay. Habe ich da eigentlich was verpasst, was die Plattform angeht? Oh ja. Ja. Ähm. Einmal das. Ja, super. So. Ihr habt die erste abgedatet. gut. Dann. Sound auf 6. KI auf 6. Physik auf 6. Version 6. So. Die IP wächst auch. 0,8 jetzt. Ach, goldene Schallplatte haben wir schon erreicht. Sehe ich gerade. Wie sieht es hier aus. Noch 100 Bucks. Dann können wir das auch endlich raushauen. 1 Millionen Euro. Die Bucks sind weg. Selber vertreiben. 90 92 prozent unser erstes spiel über 90 hat auch drücken wie man hier sieht nach schiefen freigeschaltet spielbericht und das mit so einer alten engine 90 prozent 1 prozent verkaufte händyspiele da kann man nicht wirklich was mit machen so ein spiel entwickeln oder die action engine hoch v6 achso wir müssen ja noch produzieren spiele produzieren da nehmen wir direkt zwei millionen drei zu viel oder 1 2 3 1 2 3 100.000 25.000 direkt 250.000 in der ersten woche verkauft ihr seid auch fertig so ein spiel entwickeln fortsetzung hier geht hier weiter dran sehr gut das stimmt jetzt wirtschaft 6 moment hier bleiben wir nochmal auf 5 dann können wir da nämlich auch auf unserer engine console spielen höhere spiel länge bessere spiel tiefe so so Nein, nicht add-trick. Und zu einfach. Da haben wir die Motion-Controller. Achso. Booster-Pack wieder rein. Oh, wir brauchen noch den normalen Controller. So. Abbrechen. Gameplay-Verbesserung. Fußball-Quartett. Unterstützung abbrechen. Hochwertige Grafiken. Unterstützung. Abbrechen. Einen ... ... Ein ... ... ... ... Auf dem Markt, auf dem Markt. Beliebtheit ist jetzt schon bei 50 von der Pirate One. Alles ohne Marketing, hier wird eine Legende. Auf dem Arbeitsmarkt, Grafika. Arbeitsmarkt, so. Programmierer, nicht Grafika. Ganz trotzdem hier rein. So, Spiele entwickeln, Fortsetzung, Action. 2. Das ist alles richtig, sehr schön. Action. Action 6. Wir bleiben trotzdem auf 5. Hm. So. Spielfenster haben uns geschrieben, wenn wir sehr zufrieden sind. Begeister von der Grafik, vom Sound, von der Steuerung. Bessere Story und einsteigerfreundlicher. Bessere Story. Einsteigerfreundlicher. Zu sehr für Core-Gamer. Zu sehr für Core-Gamer. Und zu einfach. Zu einfach. Einfach. Zu viel Gewalt. Zu sehr für Core-Gamer. Boah. Alles klar. Alles klar. Ist ja. der sound der fehlt noch wie sieht das hier aus 2.000.000, 2,6.000.000, sehr schön spiel produzieren 13 wochen schon über 2.000.000 verkauft 11.000.000 wieder verdient sehr schön ja 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 Vielen Dank. Ja, ihr seid fertig. Sehr schön. Ab. Hardware. Sechs. Erstmal ein Controller. Seid ihr auch fertig? Jo. Hardware. Und was macht unser Spiel? Ja. Entwickler des Jahres. Zum ersten Mal. Und zum dritten Mal ins Spiel des Jahres. Oh, wir sind etablierte Spielschmiede. Hier oben. Haben einen halben Punkt dazu bekommen. Und haben ein neues Archivement. Was bringt denn das? Das kenne ich noch gar nicht. Habe ich noch nie gehabt. Ein Prozent verkaufte eigene Konsolen. Ja, wunderbar. So, da. Hehehe. Zwei Goldene. Lupp. Einmal hier. Und dann noch hier. So. Einmal das. Trophäespiel des Jahres. Entwickler des Jahres. Schupp. Da. Sieht das nicht schön aus mittlerweile hier. Das heißt mittlerweile endlich. So. Oh, ja, ja, ja. Spiel produzieren. Das. So. Aber ich sehe gerade. Unsere Zeit ist abgelaufen. Mit einem schönen Abschluss, wie ich finde, beende ich dann diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass mein Aufnahmeprogramm die Folge jetzt abspeichert. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, dürft ihr gerne ein Like dalassen oder einen Kommentar schreiben. Und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Würde mich freuen. Bis dahin sage ich wie immer, Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Kroft.